Ich kann mir vorstellen, dass man über verschiedene Sachen in dem Moment reden kann und dass man über den Beruf reden kann und über andere Dinge reden kann. Und wenn man älter ist, dann gibt es eben auch Dinge, die man entdeckt, die man früher nicht berücksichtigt hat. Es gibt tausend Dinge, über die man reden kann, wenn man über sich selbst reden will. Im Prinzip rede ich aber nach wie vor am liebsten noch über das, was ich tue. Ich mache Kunst und ich mache Kunst. Damit will ich sagen, ich mache nicht das, was man vor mir gemacht hat und ich mache sicher auch nicht das, was man nach mir macht. Das heißt, ich lebe in einer Zeit und ich lebe in einem historischen Moment. Ich lebe an Orten und die Orte wähle ich und es geht mir nicht darum, irgendwem zu sagen, verstehe mich. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der von woanders herkommt. Und wenn ich daran denke, was hat das für eine Relevanz, dass ich nicht in dem Land lebe, in dem ich geboren bin, dann fällt mir im Moment einfach Migration ein. Aber es ist nicht mein Problem. Aber ich bin in dem Sinne, ist mir bewusst, dass ich eine gewisse Ähnlichkeit habe mit anderen Leuten, die heute unterwegs sind und die aus gewissen Gründen unterwegs sind und die nicht gewählt haben, ob sie unterwegs sein wollen. So wie vor mir andere Leute, die Deutschland verlassen haben, also das Gleiche getan haben wie ich, dass die in einer Situation waren, wo sie nicht Deutschland verlassen wollten. Genauso wie heute ein Syrer Syrien nicht verlassen will, also gibt es Ähnlichkeiten und die Ähnlichkeiten sind interessant. Aber für mich selbst ist es wichtig, dass ich sage, mich hat keiner geschickt und mich hat keiner erwartet. Also das heißt, ich bin einfach in vielen, ich habe in vielen Ländern gelebt, ich habe in vielen Ländern gearbeitet und das Leben war immer in dem Sinne interessant, weil es mir Türen geöffnet hat. Das Leben, nicht die Akademie, nicht die Hörerschule und nicht meine Großmutter haben mir erlaubt, Türen zu öffnen in die Kunst, sondern das Leben, das, was ich erlebt habe und das, was ich auf dem eigenen Weg, was mir zugestoßen ist. Ich sage mal, es gibt auch da wieder Gründe zu sagen, ich war ähnlich wie andere und es gibt auch Gründe zu sagen, ich war nicht ähnlich wie andere. Das heißt, auch damals gingen die Leute in die Kunstschulen und Kunsthochschulen und die Akademien. Es gab viel weniger und es gab viel weniger Leute, die das machen wollten, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Leute anderes zu tun, als zu gucken, wie man Bilder malt. Sie mussten mal zuerst die Fenster reparieren oder die Dächer reparieren. Und ich war nie in der Kunsthochschule und ich wollte kein Künstler werden. Ich habe mich nie dazu entschlossen, Künstler zu werden. Ich wollte, wenn was, wollte ich schreiben. Und schreiben ist einfach auf eine Art easy, weil das lernt man in der Schule und ein Kugelschreiber, das hat glaube ich, das können relativ viele Leute aufbringen. Und Papier. Und das war immer wichtig, dass ich etwas tue, was anderen Leuten ähnlich ist. Dass ich nicht auf einem großen Pferd sitze und dass ich nicht mit der Kutsche fahre, wenn andere Leute Autos fahren und umgekehrt. Also dass ich den Leuten ähnlich bin. Und Kunst war für mich einerseits ein Grund, sie zu kritisieren und andererseits ein Grund, sie zu verändern. Und ich bin durch Umstände Künstler geworden, die mit den Ereignissen der einer Zeit zu tun haben. Und natürlich bin ich einerseits dieser Zeit gegenüber dankbar, aber man ist allen Zeiten gegenüber immer dankbar, denn man kann etwas mitmachen. Selbst schlimme Zeiten. Und da handelte ich konkret um die 60er Jahre, um die 68, wo ich mehr oder weniger, man kann sagen zufällig, aber während 40 Jahren in Paris war. Und das hat dazu geführt, dass die Kunst ein relativ sockelfreies Element war. Also das war nicht, die Leute waren zwar alle in Kunsthochschulen gewesen, aber da sprach man nicht von, sondern da schämte man sich eher drüber. Weil man hatte da etwas gelernt, was mit der Wirklichkeit nichts zu tun hatte. Man hatte da mit Gips gelernt oder irgendwie schöne Damen zu malen oder irgendwas zu tun, was aber durch die Wirklichkeit desavouiert und hinterfragt wurde. Und eine Kunst zu machen, die klein ist und die nicht kommerziell ist und die nah beim Leben ist und die die Grenze zwischen Kunst und Leben, zwischen Fiktion und Wirklichkeit hinterfragt und öffnet. Das war wichtig. Jetzt fragen Sie mich aber nicht, was das mit heute zu tun hat. Vielleicht hat es mit heute zu tun, vielleicht hat es damit zu tun, dass der Kanon, der bisher gegolten hat, nicht mehr gilt. Vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht hat es damit zu tun, dass die Leute, die damals politisch waren, oft die Wirklichkeit nicht mehr wiedererkannt haben und gesagt haben, ihr seid doch gar nicht politisch. Ihr redet ja nur über das Leben. Vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht hat es damit zu tun, dass junge Leute nach etwas anderem gucken, nach etwas, was sie sagen, das mehr mit dem Leben zu tun hat. Ich weiß es nicht. Schriftsteller sind komische Leute oft. Sie sind sehr isolierende Tätigkeiten, schreiben und man gewöhnt sich daran, allein zu sein und braucht eben auch keinen Aufwand und keine Umgebung und kein Atelier und kein Material. Es ist eine sehr immaterielle und kleine Tätigkeit. Und ich habe geschrieben, aber ich habe zur gleichen Zeit auch keinem gezeigt, was ich gemacht habe. Aber ich war immer zusammen mit den Künstlern. Ich war immer zusammen mit den Künstlern, gleich wo ich war, in Düsseldorf oder in Basel. Und ich habe studiert und habe aber nie etwas zu Ende studiert, weil mich das nicht interessiert hat. Ich brauchte das nicht. Aber mich interessierte der Austausch der Gedanken und der Austausch der Ideen. Und was mich aber am meisten interessiert war, war einfach die Distanz zwischen der Kunst und zwischen dem oft desolaten Zustand des gesellschaftlichen Lebens. Mit einem gewissen Abstand dann, wenn das Politische nachgekommen ist mit seiner Sensibilität, sagt man dann ja, das ist politisch. Aber wenn es passiert, ist es oft nicht als politisch erkannt. Die Kunst war vor der Moderne, war etwas, was bei uns war. Beauftragte wurde von den Autoritäten und von den Machthabern der Gesellschaft. Also der kirchlichen oder der staatlichen, wenn es Staaten schon gab, Autorität. Und der Künstler war also quasi im Dialog mit diesen Autoritäten. Und das war eigentlich während dem ganzen Abschnitt, seit der Renaissance, war das einfach so. Der Künstler ist ja so abhängig von der Äußeren, von der Umwelt. Und dann hat sich der Künstler im Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr dazu entschlossen, oder so entwickelt, dass er sich selbst beauftragt hat. Dass er sich also ins Atelier zurückgezogen hat und im Atelier seine eigenen Vorstellungen entwickelt hat. Und so ist die Kunst eigentlich ins 20. Jahrhundert gekommen und hat zum Teil auch als Störenfried der Erwartung, der bürgerlichen Erwartung, dass Kunst die Überhöhung und dass die Verschönerung und dass die Dekoration der Umwelt sein solle, hat sich oft auf die Seite des Hässlichen und des Leidens und des Kritischen gestellt. So kam es dann zu solchen Begriffen wie entartete Kunst und so, weil einfach die Kunst nicht mehr erbaulich war. Und ich habe nach einer gewissen Zeit, ich kam da nicht in der, dass ich wie gesagt nicht das Metier gelernt habe und dass ich keine Kenntnisse vom Malen, vom Bildhauen, vom Zeichnen, von all diesen Dingen, ich sage immer, ich mache alles andere. Und dann sind die Leute aber immer noch sehr, sehr verunsichert und sagen, was ist denn das andere? Und da kommen sie natürlich irgendwie an so einen Moment, wo sie denken, dass sie nicht zuständig oder dass sie nicht kompetent sind, um das zu... Und dann haben sie einen kulturellen Minderwertigkeitskomplex, weil die Kultur ist etwas, was man kennen muss, sonst ist man ein Dummkopf. Und das lebt immer noch in uns, obwohl kein Fürst mehr da ist, der uns sagt, du kriegst jetzt von mir kein Geld mehr, weil du bist dumm. Also, aber es gibt es immer noch, dass die Menschen sich disqualifiziert vorkommen, weil sie an der Kultur nicht teilnehmen können. Und so ist das in das 20. Jahrhundert reingekommen. Und durch das 20. Jahrhundert gab es einfach einerseits den wirklich sehr fundamentalen Schrecken durch den Nationalsozialismus und den jüdischen Genozid. Wie kommt ein hochkultureller Staat dazu, in kürzester Zeit zu dem barbarischsten Staat der Geschichte zu werden? Dank all seiner technologischen Mitteln, dank all seiner technologischen Fortschritts. Wie kommt das? Wie kann das kommen? Und dieses Entsetzen und diese Unsicherheit, diese Verunsicherung, die hatte ich sehr tief in mir sitzen. Und ich kann nicht sagen, dass ich sie verloren hätte. Und so sind, ich habe immer gesagt, als ich in der Phase war vor meiner Karriere, wo aber auch die Kunst sich sehr, sehr geöffnet hat und sehr, sehr alle Fortschritte integriert hat und vereinnahmt und reflektiert hat. Es gab immer eine Frage, die ungelöst blieb. Und das war, was tut die Kunst für die Gesellschaft? Also, es gab immer diese Frage, was gibt uns einen Grund, nach Outchwitz zu sagen, das kann nicht wieder passieren. Und dann sagt jeder die Kultur. Und es hat keiner irgendwann darüber hinaus ein Argument geschaffen, dass man das glauben kann. Wir sind wieder in einem sehr, sehr hochkultivierten Staat. Wir sind wieder in einer sehr, sehr kulturellen Gesellschaft. Und wir sind wieder in einer Gesellschaft, die eine gewisse Erotik entwickelt gegenüber dem Nichtgedachten, gegenüber dem Nichtreflektierten, gegenüber dem Nichtkreativen, gegenüber dem Populistischen, gegenüber Argumenten, die wir gedacht haben, die seien für immer von der Karte verschwunden. Und die Rückkehr in den öffentlichen Raum. In den 60er Jahren habe ich mehr oder weniger im öffentlichen Raum angefangen, denn ich wusste nichts anderes, wo man hingehen konnte. Es gab sehr wenig Galerien, von Museen zu schweigen. Und in den Museen hingen Dinge, die jetzt auch wieder da hängen, aber die also nicht mehr sehr frisch waren. Und zeitgenössische Kunst war da abwesend. Und so in die Straße zu gehen, das war einfach, das war die Galerie des kleinen Mannes, da konnte man hin. Das gehörte keinem, da konnte keiner Nein sagen, da konnte keiner sagen, das war ein schlechter Geschmack, da konnte keiner sagen, du gehörst dazu oder nicht dazu und so weiter. Also da hast du das für Hefte in der Hand, da hast du es selbst gemacht. Und wie gesagt, die Kunst als ein großer Saugeapparat hat einen dann aufgesaugt. Und ich bin dann einfach auch sehr, sehr anfällig gewesen. Das ist ja nicht schlecht, wenn man da in den Museen rumgereist wird, weil man plötzlich von was leben kann. Von darf man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man von leben konnte. Ich war damals Taxifahrer oder Sportjournalist. Und ja, das war es. Oder ein bisschen Werbung für Teppiche oder so. Und das war es, das war möglich. Und das war an sich viel besser als gar nichts. Und nur dann plötzlich, wenn die Leute sahen, das ist aber großartig und das ist aber toll und das aber auch. Natürlich weißt du dann immer, ach Gott, das ist ja, sehr schön. Und du? Natürlich weiß man das immer nicht, aber es braucht eine gewisse Zeit, bis man dann... Ich habe immer gesagt, ich will wieder zurück in die Straße. Aber ich wüsste nicht wie, weil das war einfach so undenkbar, unkommerziell. Etwas so ähnlich, als würde man sagen, ich möchte gern wieder arm werden. Und dann durch die Arbeit in Deutschland an der Vergangenheit, die Erinnerungsepoche, von den 80ern bis in vielleicht 2005 oder irgendwie sowas, wo die Leute wirklich eine Arbeit gemacht haben, die auch zivilisatorisch, glaube ich, selten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes europäisches Land schon gar nicht jemals so in der eigenen Misere gewühlt und gerührt hat wie die Deutschen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, dass man dachte, die Deutschen werden immun sein. Und die Rückkehr in den öffentlichen Raum war möglich, durch die Beauftragung der Gesellschaft, der öffentlichen Hand, der Institutionen von Künstlern, sich mit dem Thema Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die haben gesagt, es gibt da ein Format, das sind die, was wir benutzen und was unproblematisch ist. Das ist das Monument. Kann man das irgendwie denken, dass es auch, dass es nicht nur zum Abfeiern der Siege ist, sondern auch zum Mahnen nie wieder. Und so sind diese Arbeiten eigentlich als ein Lob der zivilen Gesellschaft bei mir entstanden. Ich wollte Argumente liefern für die zivile Gesellschaft, sich auf diesem letztlich unerschlossenen Terrain von der Kultur zu Hause zu fühlen und dort die Macht zu übernehmen und dort die eigene Sprache zu finden und damit letztlich auch den Künstler zu destabilisieren, die ganze Hegemonie in der Künstlerschaft, also nicht nur Künstler, sondern auch das ganze was und die Folgen, also Kunstgeschichte und all das, in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, wir müssen kreativ werden, wir müssen unser Leben ändern. Das ist das Problem. Das ist nie das Problem. Wir müssen unsere Kunst ändern. Wir müssen unser Leben ändern. Und ich glaube, das war einfach der Grund, warum im öffentlichen Raum man andere Öffentlichkeiten traf, als in der Vernissage, beim Austausch mit dem Gläschen in der Hand, mit den Sammlern und so weiter. Das war einfach eine andere Gesellschaft. Das war eine größere Gesellschaft. Das war eine schönere Gesellschaft. Es war eine vielschichtige, komplexere, dies unhomogenere Gesellschaft und die hat einfach Spaß gemacht. Und so kam, dass das während einer Zeit die Beauftragung, die an sich ein vollkommen unmodernes, altes, zurückgreifen auf die Fürsten-Situation ist. Nur ich habe gesagt, ich lebe in der Demokratie. Warum soll ich nicht zum Lob aller Teile dieser Demokratie beitragen? Okay, ja, das war's. Okay, ja, das war's. Okay, ja, das war's. Okay, das war's. P contradzięk Vielen Dank.